Herzlich willkommen, ihr Lieben! Schon wieder ist ein Tag vorbei und wir öffnen das Türchen Nummer 15. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber für mich vergeht die Zeit wirklich wie im Flug. Hinter dem Türchen Nummer 15 verbergen sich die Wörtchen als und wie. Wenn ihr diese Wörtchen richtig benutzen wollt, dann merkt euch einfach, als ist anders, wie ist gleich. Dazu ein Beispiel. Die Kerze in der Mitte ist größer als die anderen. Und für wie? Auch das Wörtchen genauso oder so kann euch helfen, denn damit habt ihr immer das Wörtchen wie. Noch ein Beispiel. Das Haus links ist stimmungsvoller dekoriert als das Haus rechts. Und hier habt ihr beides in einem Satz. Omas Zimtsterne schmecken besser als meine, aber nicht so gut wie deine. Und hier habt ihr wieder vor wie das Wörtchen so. Und noch etwas. Zimtsterne sind wirklich unglaublich lecker. Wie ihr sie backen könnt, seht ihr in diesem Video. Und natürlich könnt ihr gleich noch das Passiv dazu lernen. Also doppelt gemoppelt. Und wenn euch etwas besonders gut gefällt, dann könnt ihr auch sagen, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ich lag und schlief, da träumte mir ein wunderschöner Traum. Es stand auf unserem Tisch vor mir ein hoher Weihnachtsbaum. Und bunte Lichter ohne Zahl, die brannten ringsumher. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch selbst ein paar Sätze mit Als oder Wie in die Kommentare. Wir würden uns wirklich sehr darüber freuen. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, zu wünschen. Und ich sage wieder Tschüss, Servus, Baba, Uff wieder Lörge. Macht's es gut, bis morgen zum Türchen Nummer 16. Tschüss, ciao, bye, bye.